Hey, hier ist wieder der Marco und in diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie du einen professionellen Ratgeber und Blog aufbaust. Lass uns keine Zeit verlieren und gleich in die Folien reingehen. Zu Beginn möchte ich dir noch ein paar wichtige allgemeine Punkte zum Thema Ratgeber und Blog mitgeben. Ein Ratgeber und Blog sind nützliche Tools, um deine potenziellen Kunden sowie deine Bestandskunden hinsichtlich deines Angebots auf dem Laufenden zu halten und vor allem ganz klar auf den Expertenstatus zu deinem Thema darzustellen. Ich habe bereits die Wichtigkeit der Startzeit der Website erklärt, doch wenn du eine Website gesamtheitlich auf professioneller Ebene betrachtest, solltest du langfristig einen Ratgeber und Blog zusätzlich erarbeiten. Mit einem One-Pager bist du langfristig hinsichtlich der gesamten Unternehmenskommunikation dann doch sehr eingeschränkt, weshalb du gut beraten bist, wenn du bei der Erstellung einer Website einen Ratgeber und oder Blog gleich mitdenkst und gleich mitintegrierst. Wenn du zu Beginn aber wenig Ressourcen und Zeit hast, ist es wie gesagt am wichtigsten, dass du einen professionellen One-Pager zuerst aufbaust. Kommen wir nun zu dem Punkt, was der wesentliche Unterschied zwischen einem Ratgeber und einem Blog ist. In einem allgemeinen Ratgeber beschreibst du wesentliche Inhalte deines Angebots, Dienstleistung oder Produkt. Das sind tiefenspezifische Ankertexte, wo du kernspezifische Sachverhalte erklärst, die für deine potenziellen Kunden eine ganz zentrale Information hinsichtlich der Schwerpunktthemen darstellen und auch wichtig sind für die Kaufentscheidung. Sind diese Ratgeber-Texte einmal erarbeitet, ist es eine abgeschlossene Handlung, wo du nur temporär hin und wieder mal was abänderst oder ergänzt. In einem Blog kann man zu verschiedensten Themen auch gerne Nischenthemen weiter ins Detail gehen. Natürlich kann man in einem Blog auch aktuelle Themen des Unternehmens behandeln, wie zum Beispiel wichtige Events, Updates, Unternehmensentwicklungen und so weiter. In einem Blog kann man nahezu jedes Unternehmensthema ganz einfach aufgreifen und veröffentlichen. Wichtig ist auch die Konstanz bei einem Blog, dass du ihn möglichst in gleichen Zeitabständen wiederkehrend neu befüllst und neue Blogbeiträge postest. Das absolute Minimum sollte sein, dass du einmal im Monat einen Blogbeitrag veröffentlichst. Damit deine potenziellen Kunden von deinen Ratgeber-Texten und Blogartikeln auch erfahren, ist es wichtig, auf der Startseite mittels Dropdown-Menü und Buttons auf diese Texte aufmerksam zu machen und vor allem auf möglichst vielen Social-Media-Kanälen hier passende Beiträge mit Links zum jeweiligen Text zu erfassen. Das Minimum sollte sein, dass du deinen Ratgeber und Blog unten im Footer verlinkst. Eine Frage, die uns oft gestellt wird, wann ist der beste Zeitpunkt mit dem Verfassen von Ratgeber-Texten und Blogbeiträgen zu starten? Die Antwort ist denkbar einfach. Je früher, desto besser, da das eine gute Möglichkeit ist, den Expertenstatus deines Unternehmens vertiefend darzustellen und du die Möglichkeit hast, deine Social-Media-Präsenz mit diesen Beiträgen enorm aufzuwerten, indem du diese Beiträge als Teil deiner Social-Media-Content-Strategie verwendest. Also von daher, umso früher du damit startest, umso besser. Hier möchte ich dir noch ein Buch empfehlen, falls du dieses Thema noch vertiefen möchtest. Guten Content schreiben, so produzieren sie Mehrwert-Content, der gelesen wird und wirkt, von der Autorin Beatrice Eyring. Ein wirklich lesenswertes Buch, das ich nur werbestens empfehlen kann. Ja, das war es mit dem Thema Ratgeber und Blog und wir sehen uns dann wieder im nächsten Modul. Ja, zu Beginn möchte ich dir hier kurz den Blog von Explain It Simple zeigen, damit du das auch mal live gesehen hast. Ja, und hier siehst du, dass verschiedene Texte zu dem Thema Erklärvideo verfasst wurden, aber auch zu verwandten Themen. Ja, ich würde einfach sagen, ich habe hier mal zwei Blogartikel aufgemacht, damit man mal sieht, wie sieht so ein Blog aus. Hier ein Bild, hier geht es bei diesem Blogartikel um wichtige Informationen vor der Erstellung eines Erklärfilms. Hier haben wir dann ein Erklärvideo und hier dann einfach nochmal ein paar Überschriften und ein paar Texte da dazu. Relativ kurz und knapp auf den Punkt, genauso sieht es bei dem zweiten Artikel aus. Wichtige Tipps für ein professionelles Erklärvideo, auch hier wieder ein Erklärvideo und dann halt hier auch eben nochmal Text. Ja, das ist ein Blogartikel und jetzt sehen wir hier nochmal bei der Firma Hochzeit selber planen einen Ratgeber. So, ich habe hier oben nämlich vorher schon auf Ratgeber geklickt, dann kommt hier diese Seite und wenn ich jetzt hier einfach mal runter scrolle, dann sieht man, okay, da gibt es schon einiges mehr, also an Inhalt, weil man natürlich da auch an vieles einfach auch denken darf. Und wenn ich jetzt hier auf der Seite zum Beispiel hier auf den Button Schritt für Schritt klicke, dann habe ich hier wieder ein weiteres Menü und da auf der Seite gibt es noch einiges, wo man draufklicken kann. Und dann sehe ich auch hier, wenn ich wieder runter scrolle. Ja, es ist um einiges umfangreicher als wie jetzt ein Blog und ich denke, das ist auch der große, große Unterschied, also doch mal mit mehr Aufwand verbunden, aber auch natürlich um einiges detaillierter. Ja, das war einfach mal ein Bild aus der Praxis für euch.